Es ist das Jahr 1928 und in Amerika gibt es eine neue Art von Helden. Sie waren stark, sie waren hungrig, sie waren Abenteurer. Ihre Arbeit begann im Morgengrauen, Tag ein, Tag aus. Sie flogen alles, egal wohin. Früher oder später wusste jeder von ihnen, es könnte Selbstmord sein. Eine Zeit lang waren sie die größten Helden des Jahrhunderts. Es war die Zeit der Flieger. Du hast einen Passagier. Warum fährt sie nicht mit dem Zug? Wie jeder andere auch. Passagiere sind unsere Zukunft. Wo ich herkomme, sind die Menschen zivilisiert. Zumindest die Angestellten, wenn sie mit ihren Kunden sprechen. Wenn sie die Zukunft sind, höre ich auf. Sie sind 105 von Fracht. Fracht redet nicht. Ich mache das schon allein. Vielen Dank. Dann los! Christopher Reeve ist der Flieger. Mit Rosanna Arquette, Newcomer-Star aus Susan, verzweifelt gesucht und die Zeit nach Mitternacht. Eine Story von Heldentum und Abenteuer. Was ist passiert? Ich muss Notladen. Runter! Runter mit dir! Die Bergwacht hat nichts gefunden. Sie meldet sich sofort. Und wie sieht es mit Flugzeugen aus? Sie werden es nicht schaffen, wenn sie mich mitnehmen. Sie sollten mich hier zurücklassen. Und das, nachdem ich mich an dich gewöhnt habe? Ihr könnt starten. Los, Jungs, in die Maschinen mit euch! Christopher Reeve ist der Flieger.